Was up people, I guess happy Halloween. Ich hoffe, ihr habt irgendwas cooles heute vor. If not, könnt ihr die nächsten paar Minuten das Video anschauen. Wir haben heute den 31. Dezember und Zeit vergeht fucking schnell, aber let's not talk about it. Auf jeden Fall, wir haben heute schon wieder Halloween. Ich dachte mir so, okay, Sonntag fällt genau auf Halloween. Let's do a Halloween kind of thing. Letzte Woche haben wir schon einen Tag nur schwarze Essen gegessen. Heute dachte ich mir, okay, wir gehen zu einer Freundin zu Bau und machen Pumpkin Craving. Ursprünglich war der Plan, dass wir so ein TikTok hier machen, dass wir uns große Kürbisse schnitzen und uns auf den Kopf setzen und Fotos machen und Spaß haben und keine Ahnung. It looks like fun. Aber apparently große Kürbisse sind ab einer gewissen Zeit nicht mehr vorhanden. So gut wie überall ausverkauft, was wir natürlich nicht wissen, weil wann habt ihr das letzte Mal ein Kürbis, Kürbis, Kürbis geschnitzt? Schon lange her. Also zumindest war es bei mir schon etwas länger her. Deswegen haben wir zwei kleine Kürbisse genommen. Ich glaube Hokkaido-Kürbisse, Hokkaido-Kürbisse. Auf jeden Fall haben wir zwei kleine Kürbisse genommen und haben zu zweit ein Kürbis geschnitzt. Wir schnitzen heute Kürbisse, weil Halloween und so. Und wir essen danach Kürbisse. That's literally the point of the video. Dass wir zusammen ein Kürbis geschnitzt haben. Wir haben uns in zwei Teams aufgeteilt. Einmal Mini und Ting. Team Kürbisse. Dann natürlich das bessere Team. Bao und meine Wenigkeit. Dückbiss. Wir haben gegeneinander quasi angetreten. Währenddessen hat Bao noch gestreamt und haben Kürbis geschnitzt. Uns ist erst ein bisschen später eingefallen, dass wir eigentlich uns in unsere Häuser hätten aufteilen können. Also Ting und ich sind Hufflepuff und Bao und Ni sind Ravenclaw. Aber es ist uns zu spät aufgefallen. Deswegen war es ein hausfreundlicher Contest. Sagen wir mal so. Wir haben einfach Kürbisse geschnitzt. Ich würde sagen, es war ziemlich Spaß, ich würde sagen. Es wäre mal großartig dazu sagen, einen Kürbis zu schnitzen. Wir haben ein bisschen rumgeeiert und am Endeffekt ist das das Ergebnis von unserer Kürbiss-Schnitzerei-Geschichte. Hier habt ihr einmal den Cutebiss-Kürbiss. Also erstmal von Team... Wie heißt man? Achso, Cutebiss. Ja, Cutebiss haben wir einen cuten Pumpkin gemacht. Ja, der ist super süß und ein Mütchen haben wir gegessen. Tada! Cute! Oh! Oh, das sieht voll cool aus. Cute! Und hier einmal den Gürbiskürbis. Bau und ich haben den hier gemacht. Das ist unser Kürbis. Aber wir haben noch diese Seite. Ich finde, der erinnert mich voll an Slime irgendwie. Soweit in meiner Erinnerung. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es hieß Cutebiss-Kürbiss-Arnold und unser Herald, oder? I don't know. Hab vergessen. Irgendwelche komischen Namen haben wir denen gegeben. Ähm, ja. Das war literally unser Kürbis. Danach haben wir eigentlich eine Kürbiss-Suppe noch gemacht. Davor haben wir noch ein paar TikToks gedreht. Wie habt ihr schon gesehen, ich zeige es euch nochmal. Weil... Fit das. Fit the vibe. The murder! Alright, pull your headchits out. Chop, 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 chop. Swing, 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 swing. I'm murder! Swing, 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 swing. Uh oh. Here come the popo. Too much murder. Ähm. Follow us on TikTok. Ich mache auf jeden Fall noch alle Social-Kanäle von meinen Freundinnen. Mache ich unten rein. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir eigentlich Kürbissuppe gekocht. Also eigentlich hat NIE Kürbissuppe gekocht. Und ich habe noch ein bisschen mehr TikToks gemacht. Ja. I love it. Bekocht zu werden. Und NIE hat auch noch einen Aubergine-Tomaten-Dip gemacht. Der war auch richtig lecker. Und halt Kürbissuppe. Und die war auch richtig, richtig lecker. Und das haben wir gegessen. Und eigentlich war das unsere Abend gewesen. Es war echt ein entspannter Abend. So ein entspannter Kürbissabend. Das was man halt mit 27 abends macht. Das war eigentlich pretty much it. Für das Video für heute. Ich wollte einfach euch nur mitnehmen, wie wir diese Kürbisse schneiden. Und es war echt Fun. Also ich würde es euch empfehlen. Einfach mit euren Freunden vielleicht nächstes Jahr Kürbisse zu schnitzen. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr es mit den großen Kürbissen machen auf den Kopf. Mit den großen Kürbissen. Aber die kleinen waren auch okay. Auf jeden Fall sind halt die kleinen Kürbisse zumindest leckerer. Und die Suppe war richtig, richtig, richtig gut. Also Props an dich NIE. Die Suppe war richtig lecker. Und ja. That's it. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Einfach mal mitzukommen, wenn ich mit meinen Freunden irgendwas mache. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt. Happy Halloween. Ich hoffe wer macht irgendwas cooles. Oder bleibt zuhause. I don't know. Wie gesagt. Ich wünschte Halloween wäre ein bisschen krasser hier in Deutschland. It could be so much fun. Halloween würde so viel Spaß machen. Aber irgendwie fühle ich das hier nicht. Naja egal. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen weiteren gechillten Halloween Abend. Und wir sehen uns dann Mittwoch wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.